Das zeitaufwendige und beschwerliche Gießen in den heißen Sommermonaten ist für jeden Gartenbesitzer ein notwendiges Übel. Dabei geht es mit diesem Perlschlauch viel schneller und bequemer. Und Sie sparen noch bis zu 60 Prozent Wasser. Der superflexible Perlschlauch wird unterirdisch oder entlang der Pflanzen im Beet verlegt. Sie müssen dann nur noch das Wasser aufdrehen. Das Gießen übernimmt der Schlauch auf einer Länge von 12 Metern völlig eigenständig. Dank der mitgelieferten Gummieinsätze regulieren Sie die Wassermenge ganz nach Ihren Wünschen. Das Wasser tritt tröpfchenartig über die durchlässige Schlauchoberfläche aus, sickert direkt an die Wurzeln und befeuchtet die Pflanzen so besonders schonend. Übrigens, mit dem günstigen Viererpack können Sie mehrere Bewässerungsschläuche über Verteiler kombinieren und so größere Gartenbereiche abdecken. Gönnen Sie Ihren Pflanzen eine Wellnessbehandlung und sparen Sie dabei noch Zeit und Geld. Gönnen Sie die Wurzeln und Sparen, es wird gerade ein ganzer Koffi-Lin, und es wird jetzt mit der Verwurzeln, mit der Böden der Sitzung aus,